Das ist die Ferro-Modpfanne, sie zieht euch alle in ihren Wann, dann seid ihr dran. Die Ferro-Modpfanne, sie zieht euch alle in ihren Wann, dann seid ihr dran. Sie leucht euch an, dann klebt ihr dran, sie leucht euch an, dann klebt ihr dran. Die Ferro-Modpfanne, sie zieht euch alle in ihren Wann, dann seid ihr dran. Die Ferro-Modpfanne, sie fängt euch alle, sie zieht euch an, in ihren Wann, dann klebt ihr dran oder nicht. Bist ihr die Anfänge, sie zieht euch alle in ihren Wann, dann seid ihr dran. Die Ferro-Modpfanne, sie zieht euch alle in ihren Wann, dann seid ihr dran. Denn sie ist magnetisch, wie ein goldener Kiffen. Denn sie ist magnetisch, wie ein goldener Kiffen. Die Ferro-Modpfanne, sie zieht euch an, in ihren Wann, dann seid ihr dran. Die Ferro-Modpfanne, sie zieht euch alle in ihren Wann, dann seid ihr dran. Du sendest deine Luftstoffe aus. Ich werd' davon ganz verrückt und raste komplett aus. Duftstoffen, Wellen, senden dann Wellen ihre Wotenstoffe aus. Begehren und Bedürfnis werden geweckt. Perfekt ist der Plan, kalt wieder ausgehängt. Du hältst dich für einen unwiderstehlichen Aufgänger, dabei bist du nur ein willenloser Wotenstoffentwänger. Wirkstoffe drängen aktive Geruchssensitoren. Schutz ist ausgeliefert und empfangen aus der Ruhe. Ablos nehmen sie die Substanzen auf und lösen in die Reaktionen aus. Chemische Kommunikation, erübrigliche Abwehrreaktion. Die Wirkstoffe sind hochkonzentriert. Du verlierst deinen Willen, ehe du es kapierst. Zuckende Leute, zappende Leute, kommt nicht vertreten, kommt nicht mehr weg. Es ist die Fernmutter. Sie zieht euch alle in ihren Bank, dann sind wir dran. Die Fernmutter, sie zieht uns alle in ihren Bank, dann sind wir dran. Du sendest deine Luftstoffe aus. Ich werd davon ganz verrückt und raste komplett aus.